Hallo, nachdem wir jetzt ein paar grundsätzliche Überlegungen zum Branch Merge und Issue Management gemacht haben, wollen wir jetzt mal zur Tat schreiten und erstellen uns jetzt mal analog zu dem Vorgehen aus dem ersten Beispiel, für unser aktuelles Beispiel ein Remote Repository. Wenn wir mit so einem zentralen Dienst arbeiten wie GitHub, also wo wir ein zentrales Repository haben, wo es eine Web-Oberfläche gibt, wo dann eben alle Entwickler auf das gleiche System schauen, dann bietet es sich an, mit einem Git-Repository in dieser zentralen Plattform zu beginnen. Dann können wir die nämlich nachher einfach auschecken und dann passt natürlich auch gleich automatisch alles. Dann passen die Upstreams, dann passt das Origin und so weiter. Wir klonen das dann einfach. Machen wir das mal. Also das ist jetzt hier das Beispiel GitHub, da können wir jetzt einfach ein neues Repository anlegen. Da geben wir dem Ganzen mal einen Namen, Branch Test, das ist ja das, was wir jetzt lernen wollen, Branchen. Und das Beispiel, das wir verwenden, ist eine einfache Webseite von so einem Gemüsehof. Die bauen Kartoffeln und Tomaten an. Deshalb heißen die Tomaten und Kartoffeln. Das kann man jetzt hier einstellen. Also ich habe das jetzt mal auf Public gelassen. Dann stelle ich hier ein, dass ich gerne eine Readme am Anfang haben möchte. Also es soll einfach schon mal so eine Readme-Datei drin sein, um loszulegen. Dann kann ich hier noch eine Lizenz einstellen. Sie sehen hier, da ist im Prinzip alles, was es so an Open Source Lizenzen gibt, einmal schon mal hinterlegt. Und das gleiche gilt hier für das Gitignore. Da werden ja gesagt, wir können mit dem Gitignore die Dateien ausschließen, die wir nachher nicht im Source Code Management System haben wollen. Die lassen wir jetzt mal kurz weg. Die legen wir gleich von Hand an, weil in diesen Templates keine drin ist, die für uns passt. Dann drücke ich mal hier auf Create Repository. Und dann sehe ich alles klar. Es gibt ein neues Repository. Es ist ein Branch drin. Das ist, wie erwartet, der Master. Da gibt es auch noch keine großartigen Neuigkeiten zu entdecken. Wir haben einen Commit. Das ist dieser Initial Commit, wo eben hier diese Readme-Datei eingecheckt wurde. Und wenn wir das mal anschauen, dann sieht das ja im Prinzip so aus. Also hier auf dieser Seite sei jetzt unser Remote Repository. Es gibt hier jetzt die erste Version. Da ist ja genau die Readme-Datei drin. Und entsprechend hier einen Master. Wenn ich jetzt an dieses Repository rankommen möchte, dann kann ich mir hier eben die URL holen und kann dann eben damit dieses Repository klonen. Bevor wir das aber machen, legen wir jetzt noch eine Git-Ignore an. Also damit wir eben einmal festlegen, was wir nicht einchecken wollen. Da drücken wir hier auf den Create New File. Und dann geben wir hier oben ein, Git-Ignore. Und dann geben wir hier mal ein, was wir ignorieren wollen. Wir werden in dem Beispiel die php-storm-idee verwenden. Und die legt ein Verzeichnis an. Das heißt Punkt-Ida. Und das wollen wir nachher nicht im Repository haben. Deshalb schreiben wir das auf das Git-Ignore. So, da kann man jetzt natürlich auch mehr reinschreiben. Das ist ja ein Editor für eine große Textdatei. Das ist jetzt bei uns einfach nur eine Zeile. Da das aber auf der gegenüberliegenden Seite ein Git-Repository ist, muss ich ja jetzt, um die Datei da reinzubekommen, tatsächlich einen Commit machen. Also ich muss jetzt hier auch eine Commit-Message angeben. Das haben wir ja auch, wenn wir die Kommandezeile machen, immer gemacht. Und da geben wir jetzt einfach mal ein, Create-Git-Ignore, Ignoring-Ida-Folder created by php-storm. Ja, und das Ganze checken wir jetzt ein. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, schauen wir mal. Also hier, das war ja eben unser Master mit nur dem Readme. Und wenn ich jetzt diese Git-Ignore hinzufüge und dann eben committe, dann kommt sowas raus. Wir können es auch hier mal sehen. Wir haben immer noch einen Branch, das ist unser Master. Und der hat im Prinzip zwei Commits. Einmal den Initial und dann den mit der Git-Ignore. So, und ich habe es ja eben schon gesagt. Was uns natürlich jetzt hier das Leben erleichtert ist, wenn wir einfach mit Git-Clone und der URL dieses Repository jetzt aus dem Repository von GitHub uns rausholen. Dann ist da, wo wir unterwegs sind, also hier in dem Verzeihnis C-Work, würde dann entsprechend eine Kopie von dem Repository angelegt. Und da ist dann im Prinzip alles schon voreingestellt mit dem Upstream und der Origin, weil ja Git sich merkt, wo diese Dateien ursprünglich herkamen. Also diese gegenüberliegende Repository wird automatisch eben als Origin eingetragen. Und wenn ich jetzt mal Enter drücke, dann sehen wir, alles klar. Hier geht es jetzt los, Cloning und dann werden eben die sechs Objekte rausgeholt und dann auf der Festplatte abgelegt. Wie sieht das jetzt aus? Also wir haben im Prinzip eine Kopie von der gegenüberliegenden Seite, den Clone. Vorne ist der Master, das ist also der letzte in der Versionsreihe und dieser Master ist jetzt auch schon ausgecheckt. Schauen wir mal eben rein ins Verzeichnis. Also ich gehe mal in das Branch-Test-Verzeichnis rein. Schauen wir mal rein, ist ziemlich leer, ist nämlich genau unsere Readme-Datei drin und unsere Git-Ignore-Datei. Wenn wir uns die Git-Ignore-Datei einmal angucken, sehen wir, aha, das ist genau unsere Datei, die wir eben angelegt haben. Mit dem Punkt IDEA und unsere Readme-Datei, hätte es gedacht, ist einfach nur hier das, was da eben eingetragen war mit den Tomaten und Kartoffeln. Dass es da eben eine simple Webseite ist. Schauen wir nochmal ganz kurz auf den Git-K. Auch hier im Prinzip, wie erwartet, wir haben ein Initial Commit auf unserer Seite. Der Master ist jetzt hier oben und der Master ist auch synchron mit der gegenüberliegenden Origin. Also Remote Origin Master ist gleich unserem lokalen Master. Also dürfte das jetzt im Moment alles gleich sein. Gut, wir haben ja auch noch nicht gearbeitet. Wer hätte es gedacht? So, jetzt machen wir uns das Leben mal ein bisschen leicht. Und kopieren einfach mal eine vorbereitete Webseite da rein. Die hat jetzt irgendwie 26 Dateien hat er kopiert. Das schaut jetzt einfach so aus. Hier liegen eben Dateien mit ein paar Verzeichnissen. Das PHP-Projekt gucken wir uns jetzt im nächsten Film mal im Detail an. Das PHP-Projekt gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Das PHP-Projekt gucken wir uns jetzt mal im Detail an.